Ach, heute Abend ist glaube ich auch Boxen, ne? So weit ich das weiß. Oh, Level 17 schon. Okay, dann gehe ich mal wieder. Ja, die Karre müsste, also unser Auto müsste ja eigentlich noch vorne stehen. Und dann kann ich jetzt endlich mal den Dings-Tätigkeiten, den Job-Tätigkeiten wieder nachgehen. Halt, warum ist hier nie? Das ist wahrscheinlich schon zum Auffüllen des Pfeffersprays für die Fahrschullehrer. Weil die haben ja ein Dings, ein Dings-Spray. Mein Auto steht da hinten. Da! Okay, aber dass der Segelschein so einfach war, naja. Ist ja nur Segeln, ist ja kein Bootsschein, wo man richtig durch den Dings muss. Durch so, ja, einen Kurs abfahren und so. Alter, nehme ich schon lange auf, ey. Zwei Stunden, finde ich lange, ja. Oh, Summer Music. Passt doch zum Wetter hier. Ach, verdammt. Falsche Brücke genommen. Wow, 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 wow. Hm. Ah, ha, ha. Das ist nicht tragisch. Wir sind ja stark. Wir können ja das Auto mit dem Kopf, äh, mit dem Kopf wegschieben. Das schaffe ich natürlich auch in echt, ist klar. Ich habe auch schon an den regionalen Autoschiebmeisterschaften teilgenommen. Habe ich ein Auto in 30 Sekunden 100 Meter weit geschoben, ja. Das geht wirklich. Kein Scherz jetzt. Oh Mann. Okay, aber ich muss auch aufpassen, wenn die Karre auf dem Kopf liegt, bleibt, dann kommt die nicht mehr zurück. Dann legt sie sich schlafen. Und last. Ja. Das ist aber auf die Brücke. Auf, auf die Brücke. Hinau, auf die Brücke. Und auf der Base-Side. Oh, der Wind, der pfeift, stellt die Fenster. Also ich habe mir das mittlerweile arm, äh, mittlerweile. Nicht angewöhnt, aber ich bin es mittlerweile gewöhnt, dass man jeden kleinen, jeden kleines Geräusch durch mein Mikro hört. Deswegen, ja, tut es mir auch leid, halt. Ne, hier lang. Wrong direction. Da ist nämlich alles. Ein Boot, ein Boot, ein Boot, ein Boot. Wir sind ja wasserfest. Nein, mein Boot, mein Boot. Ha, meins. So. Gut. Fischbörse. Kann ich über eine Fischbörse gucken? Ich werde einfach mal losfahren. Aua. Ha, 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 da nicht. Na, 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 na. Ich glaube, der Job, der ist ziemlich zeitaufwendig. Nein, nein, nein. Ich stelle mich mal einfach ganz lustig hierhin. Stopp. So, Motor aus. Jetzt nochmal help, andere ganz gut zu können. Fishtrap put. Oh, achso. Slash Fishtrap list. Ah. Abgabepunkt, ja, sehr gut. Achso, okay. Du hast eine Weise ausgelegt. Ich muss aber nochmal ganz kurz gucken. Wo ist denn die Fischbörse? Äh, warte mal. Ich mach mal jetzt was Lustiges. Ich stelle mir jetzt mal mein Boot wohin. Ich gucke dann nochmal in dem, äh, hier in dem Hafen genauer, um dann vielleicht ein, eine Fischbörse zu finden. Um dann die Fischbörse zu finden, natürlich. Gibt ja nicht mehrere. Glaube ich jedenfalls nicht. So. Yes. Na los, Bro, jetzt hol dir dein Brot. Tut mir leid, ich habe keine, keine Zeit für dich. Mach mal bitte, na. Wir packen, komm mal schnell auf den 30 Minuten. Ach. Hier, nein. Da hinten ist aber noch was. Halt. Ist da die Fischbörse? Bitte sag mir, dass da die Fischbörse ist. Na, also, oh. Die aktuellen Preise, nix. So, warte mal. Also, also, ich weiß jetzt ja, wo die Fischdings ist. Ihr wisst wieder, wo welche Fische noch, äh, sind noch, ob ihr an manchen und über welche fangt. Ich fahre jetzt einfach mal über den See. Ich habe ja eh nichts zu tun. Deshalb jump ich hier mal ins Wasser. Ich jump ins Wasser und swim to the boat und let's have a look at my at my Fischdings. Klar. Bloop. So, jetzt hier rein. So, schon.